Musik Hey hoi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines Und das müsste Folge 5 sein Ähm Ich hab keinen Plan Ich hab schon so lange nicht mehr hier gespielt Deswegen weiß ich nicht mehr was die wollt Wieso sind sie unzufrieden Oh mein Gott Müssen wir sofort abchecken Wasser haben sie noch Strom haben sie noch Gesundheit ist gut Was wollt ihr denn noch Bildung ist auch gut Tja Müll ist ein Problem Wir müssen mal gucken Ich würde mal gerne wissen ab wann wir denn eine Müllabfuhrverbrennungsanlage bauen können Kann man das hier einsehen oder so Ne ne Achso ab 7500 Einwohnern erst Naja okay Dann müssen wir uns da mal ran halten würde ich sagen Erstmal gucken was wir hier noch verändern können Ich glaube hier kann man noch ein bisschen runterschrauben Ich mach mal auf 100% Vielleicht Vielleicht tut sich da ja was So Zack Ähm Wir brauchen mehr Industrie Das heißt wir könnten das ja hier hinten ausweiten Beziehungsweise Äh ja Okay dann machen wir das Hier ist sowieso eine Straße Deswegen Achso okay Ähm wir müssen doch die Abfahr Abfluss und so Wo macht man das denn am besten Hier mit dem Wasser Ich weiß nicht ob das zu Wasser gehört Aber ich mach mal noch eine zweite Pumpe hin So eine zweite Abwasserpumpe Hier Äh Naja das wird den Leuten da vorne nicht gefallen Aber Hallo Ich stelle die jetzt einfach mal hier hin So Sollte ja jetzt auch reichen oder So jetzt machen wir noch Industrie Und zwar hier hinten hin Dann müssen wir erstmal die Straße hier weitern Äh So Ne Quatsch Wieso nutzen wir diese Reihe hier nicht oder Oder Ne ach scheiß drauf So machen wir so Und Das nächste Einmal hier bitte Und dann kommen wir hier Kommt hier noch Industrie hin So So Kommt hier noch Industrie hin Oder wir machen hier auch noch Industrie Komm ja hier Okay Machen wir hier Industrie Ja So Können wir hier auch noch Industrie machen So Oder können wir hier auch noch Ich glaube wir müssen mal ein paar Parks aufstellen Ich glaube die Leute sind unzufrieden Oh ja Wieso sind die unzufrieden Das verstehe ich doch gar nicht Was Was wollt ihr denn Was ist das hier Hä Was wollen die Geringer Bodenrichtwert Oh Ja Ihr wohnt ja auch In Ja Abfallanlage und so Ne Ähm Okay Okay da haben wir noch ein bisschen Platz Budgetfenster Ich würde sagen wir Wir können jetzt auch nicht verschieben Kommen sie neues Land Ja Mache ich auch irgendwann Ich würde dann Ist das denn hier Wohngebiet Ist das ein Wohngebiet Oder was ist das hier Ich glaube das müssen wir hier mal abreißen Das ist tatsächlich Wohngebiet Heilige Scheiße Leute ihr müsst da weg Ähm So ich mach das hier mal weg Sonst sind die unzufrieden Das auch Und dann machen wir hinten Wohngebiet Weiter Äh Ich bin mir nicht sicher Ob ich die hier auch abreißen soll Ich weiß nicht Für den Radius Aber wir machen jetzt hier hinten Hier hinten glaube ich Das Wohngebiet Weiter Oder hier an der Seite Ich glaube hier an der Seite ist besser So machen wir jetzt einfach mal Ein auf Ne Ein auf so Jetzt hier einmal rum bitte Können wir so einen Bogen haben bitte Danke Ich gucke mal ob das so geht Ja doch Na So zufrieden bin ich da jetzt auch nicht mit So vielleicht Ich glaube das ist besser ne Ne ist auch nicht Hier und dann so rum Das geht auch nicht Hä Ich bin zu blöd so einen Bogen hinzukriegen Ach guck mal da wird ja alles verdeckt hier So ich gehe jetzt einfach mal hier hin So bis hier Und dann darüber Ja doch das könnte was werden So Machen wir hier Was Sind die unzufrieden Das verstehe ich nicht Da kommen Wohngebiete hin Sollte zufrieden sein So wir machen hier Alles Vielleicht kann man da so einen Park hin machen Oder so Dann sind die wieder zufrieden Oh Gott Meine Bewohner sind unzufrieden Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay Okay Ganz ruhig Was Ich kann keine Parks mehr bauen Wieso nicht Ich kann keine Parks mehr bauen Scheiße Okay Oh hier sind welche Hier sind welche Okay Ähm Ihr seid doch bestimmt jetzt ganz glücklich So Genau Machen wir hier ein paar Äh äh Parks und so hin Ne Ja Ja So Gucke mal wie sie fröhlich sind Äh Ja So Vielleicht können wir hier So Dann vielleicht noch hier einen hin So ein klein Oder so Ein klein habe ich gesagt Was passen alle hin Hallo Sind alles so große So ähm Machen einfach hier einen hin Jetzt müsst ihr da langsam mal glücklich werden Hier Mensch So Ich mach dann hier noch einen hin So ein klein So Dann hier vielleicht noch Guck Jetzt müssten sie alle glücklich und zufrieden sein Ähm Das Teile läuft langsam aus Okay Wir brauchen mehr Wohngebiete Okay Wir müssen hier die Straßen erweitern Ähm Das machen wir doch glatt Ach die Die meckern da Wasser So Okay Dann machen wir jetzt mal hier eine Kurvenstraße hin Äh Wartet 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 Nee Ich glaub wir müssen hier anfangen irgendwo Auch nicht Okay Hier Nee es geht auch nicht Scheiße Leute Ich muss noch ein bisschen rauszoomen Ich will ja nicht die anderen Grundstücke Ne So Jetzt kommt hier überall noch Wohngebäude hin Beziehungsweise Wir können das hier auch machen So Machen wir einfach hier Äh Wie geht Hä So Ah hier Äh So Ich glaub hier geht auch noch Ja Hier Hier auf der Ecke geht auch noch So Jetzt müssten die alle glücklich und zufrieden sein Glaub ich Jetzt brauchen wir noch ein paar Geschäfte Die wir irgendwie hier so hin machen So Ich glaube das sollte Äh Machbar sein Jetzt können wir vielleicht noch so ein Park oder so Irgendwo hinbauen So auf der Ecke hier So Sind sie wieder glücklich und zufrieden Ja gut Dann brauchen wir Wasser Äh Irgendwo hier fangen wir an Ja Da hinten Wir können Sauna Wasser Okay So Okay Leute Also es ist nicht so Gedacht Einfach wie ich mir das gedacht habe Ich dachte echt jetzt 7500 Geht ja schnell Was haben die denn Ach die brauchen Was wollen die Nicht genügend Arbeiter Hallo Ich hab doch genug Ein Hier Die kommen gleich alle Oh je Ähm Oder Wir machen noch mehr Wir brauchen noch mehr Geschäfte Obwohl die werden ja auch gebaut Deswegen Das dauert einen Moment So Ich spur mal ein bisschen vor Hier Vielleicht sollten wir hier noch ein bisschen mehr Geschäfte machen Oder hier noch Oder wir können ja hier oben auch noch Geschäfte machen Ja Und da ist der Timer schon abgelaufen Ich glaub diese Woche haben wir nichts geschafft So Vielleicht kann man das so machen Ich baue mal noch eine Straße Irgendwo hin Geht das so Das ist ätzend ne Ja So Oh Gott Nein Ich will doch keine Kohle bauen Ach das Windrast ist im Weg Ja Okay Okidoki Okidoki Da machen wir hier noch Geschäfte hin So Und hier können wir noch Häuser bauen Äh So Ich guck mal kurz Hier können wir vielleicht noch ein paar Geschäfte hin bauen Obwohl wir haben ja hier Geschäfte Ne So So Da hinten schreien sie nach Wasser Und ich muss diese Folge jetzt beenden Ich muss einfach Ich kann einfach nicht aufhören Strom habt ihr alle? Ne ne Doch Strom haben sie alle Gut Dann kann man hier noch ein paar Geschäfte bauen Denke ich Die schreien ja wieder nach Geschäften Komm dann bauen wir hier noch welche hin So Da kommt noch ein paar Da kommt noch ein paar hin Dass alle wohnstisch glücklich und zufrieden sind So Und wir steuern ganz langsam auf die 7500 zu Hoffentlich Vielleicht Irgendwann Wir brauchen mehr Wohnhäuser glaube ich Äh Ja Dann würde ich sagen Das war's für die Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Und dann haut rein Bis dann Ciao